Ja, ne schöne Dämselfly. Was filmst du? Diese Schmerzen möchte ich nicht haben. Filmst du oder machst du ein Foto? Da ist es nicht für meinen schönen Mann. Ja, da ist es. Ne schöne Dämselfly. Ja. Die habe ich einmal durchgestochen. Den Widerhaken jetzt angedrückt. Und die ziehe ich wieder rückwärts raus. Die darf nicht kaputt gehen. Die ist fängig. Da ist sie. Ja. Nur eine kleine OP hier am Rande. Erstmal versuchen sie jetzt durchzuziehen. Na mal gucken, was das wird. Nicht kaputt gehen. Keinen Fall. Aua. Aua. Geschafft. Gott sei Dank. Die Fliege gerettet. Ich muss immer wieder staunen. Der Schwanz hat ein bisschen gelitten. Aber ich hoffe, die ist noch fängig. Sieht noch gut aus. Gute Fliege. Und hier war sie drin. Einmal gepierst. Ich hätte sie auch drin lassen können. Aber dann kann man mit dem Finger nicht mehr so viel machen. Ja. Einen noch rein. Einen noch raus. A-positiv. Ja. Gern gesund und munter dieser Kerl. Und weiter geht's. Ich kann auf meine Geretschaften ... Gute Laune. Ja. 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 Ja.